Warum schlägst du uns? Ist das über Adams Arbeit? Was willst du von uns? Warum schlägst du unsere Familie? Nein! Adam! Ja komm, dann machen wir das mal eben zu. Hey, was machst du hier? Wir haben die Tür offen stehen lassen. Nein, ich mach dir nicht auf, hör auf damit! Hör auf! Geh die Treppen runter, wenn du die Treppen runter gehst, dann mach ich dir auf! Geh die Treppen runter, dann mach ich dir auf! Ja, ich mach dir nicht auf! Ja, ich mach dir nicht auf! Ja, ich mach dir nicht auf!